Moin sind mal wieder zur neuen Folge Minecraft Frog Pack. Meine Haare liegen heute immer noch so richtig schön bescheuert da. Und äh... Ich glaub ich hab schon seit drei Folgen oder so das F3-Menü offen. Das ist bis jetzt nicht aufgefallen. Schönen Fall, dass du da. Darf ich dir mal meinen Pfeil in den hinteren pieksen? Nein, wir wollen was machen. Das haben wir ja schon letzte Folge angekündigt. Ja, das haben wir. Geben mal da die Leiter hoch und beim ersten Ausgang raus. Ach ja. Hup! Na doch der erste Ausgang. Bisschen daneben. Schießt vorbei. So. Warte, wie wär's da hinten? Da hinten schaut's gut aus. Hier? Da, 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 so. Da geht's ja runter. Aaaaaaah! Klingt an einer schlechten Idee da unten. Wie schön man hier hoch springen kann, Alter. Ja, gut, da war mal ein Spinnenspauner. Können wir gleich die ganze Spinnweben mit einmal wegräumen, oder? Nein, lass das, lass das. Das macht er guter für uns. Oh, meinst du, der kann da drin gefangen sein? Ne, ne? Ne, ne, der explodiert die ganzen Dinger. Du weißt immer, wenn er Schaden kriegt, baut er sie ab. Gehst du mal ein bisschen auf Abstand, bitte. Okay. Nur mal so zur Info, das ist das allererste Mal, dass ich gegen einen Visor kämpfe. Das wird so einfach, Alter. Hallo, mein Name ist Shikoya und ich habe erst Seite 1.4 angefangen, mein Kraft zu zocken. Ja, komm, weg, 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 explodiert. Explodiert, wenn er fertig ist mit Laden. Dann musst du erstmal aufladen. Du kannst ihn mit Pfeilen nur abschießen in der ersten Hälfte und dann wäre er rot und dann musst du mit dem draufballern. Du fangst, dass ich dich auch schlage. I know that you, vor allem, weil ich eine Area of Effect Damage habe. Ja, los, komm schon. Der will nur 300 Leben, Alter. Der ist tot. Oh, die Leiste! Ah, ein Gewicht. Wo ist der Stern? Hast du den Stern gesammelt? Der muss einen Stern drauf. Ja. Willst du den Division Sizzle dafür? Ich habe schon eine. Kannst dich heute bespielen. Was brauche ich denn dafür? Weißt du, das war das, wo man jemanden opfert und dann kannst du damit explodierende Ingorts machen, die alles löschen, was du hast. Wenn du sie nicht rechtzeitig äh... Du weißt schon. Ah, cool. Aller März, man kann irgendwo nicht viel mit dem Scheiß machen. Man kann Ludicrate Block machen von Big Reaktors. Dafür habe ich aber einen, das ging jetzt auch verdammt schnell. Äh... Sag ich doch. Ich habe jetzt so ein gelbes Herz. Das behalte ich aber. Okay. Ich könnte auch einen Spawner machen. Porter Spawner, so wie man das heißen soll. Kann man einen Wizard Spawner machen? Nein. Weil der explodiert immer, wenn er spawnt. Oh fuck. Na, war's easy. Oh, du kommst nur auf die eine Seite, aber nicht auf die andere. Komm schon. Komm schon, das schaffe ich. Das schaffe ich. Du springst zu hoch ab. Du musst eine Stufe drunter abspringen. Runter da. Sonst sieht das nicht aus. Ah, das ist bloß Quartz. Warte aber, wir haben den Wizard besiegt. Schön. Und jetzt? Ich könnte mal die Erzbären-Busch-Farm machen, die ich seit drei Millionen Jahren mal machen wollte. Ja, das kennst du. Ähm, ich mache jetzt was ganz schönes. Habe ich die... Ja, die habe ich den letzten Port gesammelt. Die habe ich auch mal aus meinem Inventar rausgepackt, falls der andere doch mal ein bisschen mehr explodiert als gewollt. Du bist ein Tische. Oh, schau mal, noch ein guter Skelettskalen in der Farm. So, jetzt haben wir noch ein paar Herze. Wo habe ich denn das Ding hingepackt? Bzzzzzzzz. Irgendwo war mal viel zu... Wir waren overpowered. Wir sind overpowered. Eindeutig. Wir haben alles schon verloren. Und sind trotzdem noch overpowered. Schon wieder. Warte mal, sind da jetzt noch so viele online, moh? Ja. Alle außer einer. Einer ist weg. So. Laut. Wollen wir스트버� Da haben wir eine Endermanform. Ich hab nichts dagegen, aber das mach ich. jetzt niemanden beleidigen hier aber wirst du was nicht was weißt du nicht wissen wir unbedingt die ganzen deppen dabei und damit meine ich so ziemlich alle die beim projekt dabei sind wird das alleine machen es ist scheiße wir gehen da rein paar leute fallen runter wir beide ficken das ding weg ja und ich erwarte jeder alle mit jetpacks schwärmen ernsthaft was um diesen scheiß stein zu machen brauche ich exp muss man zu mir kommen das sieht voll komisch aus ich gehe noch mal ganz kurz in die anlage und sammeln wir mal kurz ein bisschen exp zusammen anlage dem blaze form okay halt wie viele hast du noch 1 ja nicht scheiße und da kann ich da meine exp use player exp klick drauf das werde es ist fertig jetzt mich verarschen als kraft das junge nicht ohne mich kraften nein du hast gesagt drück auf use also habe ich geused und jetzt ist dein riftes teil da egal warte 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 ich brauche noch so einen stein ähm wo habe ich jetzt solches hingelegt hier es hat zehn level gebraucht und ich hatte ein level dabei und da drin waren schon neun von zehn ach so ich hatte schon neun level gute arbeit junge jetzt guckt noch mal drin jetzt eben halt dieses fünf fünf ja das sind sechs das zählt für also nicht ganzen level war das noch ist wohl noch ein bisschen mehr machen wir das ok und ender chest brauchen nicht wahr ja du willst den noch erst machen mache ich eine die gerade dj hat gerade kentucky diamanten zugeworfen def ender chest von advanced genetics so haben wir noch irgendwo ein paar viecher hallo ich kann aber nur in der chest machen du willst ja auch so ein stab haben ich meine ich hätte nichts dagegen so als könnte man so schnell genug fort bewegen aber ich meine nur ja tito das gelät ist mir schon klar dass du ein boot hast also für eins ist das ding schon mal gut also die dock der menschen man kriegt vielleicht nicht so viel erze also man kriegt vielleicht schon viel erze aber das ist für uns eigentlich relativ sinnlos weil wir ein quarry haben aber man kann hier gut monster formen und level schreckt mir nicht so so kann aber nicht viel dazu bekommen 6 also ich brauche ich brauche vier level gut ich habe vier level ist noch das scheiß skelett hier weg jetzt geht es nach oben schmack 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 nö 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 geht das schmack wir haben gleich jetzt doch unsere traveller ich habe mich nur wie man die auflädt warum sind meine ganzen xp weg ich kann wette die bleiben unter dein menschen auch von dimension zu dimension gleich von dimension zu dimension anders ah ja das wollte ich eigentlich sagen na gut dann habe ich mal wieder elf level gerade einfach mal so ein bisschen ans glas gekloppt unten ach so und jetzt müsste es eigentlich mal funktionablen yes und es kraftet kraftet schneller du schau du wir leben wir haben das ist haben wir anruf Prozent super unterhaltsam hier könnt ihr bei mir gucken ich denk's mal auch, geht's zu euch gucken was er mögt Programmiercode so, geht man sich jetzt auf yes 200 RF äh 250.000 RF oh, den kann man also bei mir in dem Aufladegerät kann man den in der Wettbox aufladen oder nur bei meinem Aufladegerät ich hab's jetzt in der MFE bei mir aufgeladen okay, gut, das wollte ich wissen, danke so soll ich was beim umgedrehten Kopf wird sich auf dich schlagen, normalerweise nicht lösen das hier nicht mehr wie man Vorlug schreibt äh will auch da 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 boah ist gleich eins äh strich niemals gut ähm ja Olli ist verwirrt oh hier wo warte mal kurz wo ich bin gleich Ah ok Oh fuck Warte kannst du doch nochmal reingehen Ich brauch jemanden der sich schlagen lässt von der Turtle So, hast du jetzt Olli, verpiss dich Ich sollte doch hingehen Du bist zu spät Ach, hat er gepasst Äh Warte, geh nochmal rein da Ja raus da bitte Oh, wird alles funktioniert haben Ach so, du hast jetzt einen guten Skelettkopf im Inventar Nope Gut Weil das heißt nämlich, wenn die Turtle irgendwas trifft, dreht sie dich nach links und droppt erst mal alle Items Ja gut Warte mal Olli Hallo Hi Ich wüsste doch bei Fitibli's Monster, wie ich gesagt habe, wie stellt man denn den so hin her und ich hatte überhaupt kein Plan Jetzt brauche ich mir einfach selber so hin Warte Warte Toll, man kann sich wirklich einfach in die Scheiss Kamer reinverwarten Ich sag doch, das ist geil. Das schöne ist, mit dem Stab kann man sich vor allem auch nicht in irgendwelche Gegenstände rein teleportieren. Man kann höchstens da, wo Hohlräume sind, sich hin teleportieren, aber man bleibt auf jeden Fall nirgendwo stecken. Mal Schiff drücken? Ja, mal Schiff drücken, warum? Es gibt eben halt bloß ein großes Problem gerade bei mir, aber ich hab wieder dieses »Mann, da fühlst du dich nicht genau danach irgendwas abzubauen« und ich denk mir dann so »Schön«, abbauen ist eh eine Sache, aber muss das so langsam sein? Ja. Eine geht halt um das andere nicht. Ich will jetzt nur diese »Kack« Tür. Ich glaub ich muss jetzt das Schilde dranhängen. Ich hab noch immer den scheiß »Wither«, ähm, »Dings dabei« und weiß nicht, was ich davon damit machen soll. Wir machen »Biegen«. Könntest du'n sonst mit dem Scheiß-Ding machen, alle? Keine Ahnung, sag du's mir. Ich kann damit ein »Extrem-Würfen« machen. Gut. So, halt Sekunde. Na, dann brauch ich »Extrem-Stein«, dann müsste ich... Oh ja, doch, sicher kann ich das mal nicht. Ah, okay. Ja, »Ludecrit«. Was mach ich damit? Kann ich das... Platsch ich das in »Big Reaktor« sein, oder was? Ist das »Ultrafiel Energie«, oder was? Frag mich nicht. Dann gibt's noch »Null-Katalyst« von »Witchery«. Dann noch ein »Master-Blood-Ob« oder so, freu mich nicht. Hä, »Master-Blood-Ob«? »Blatt-Ob«? Von »Witchery«, alles von »Witchery«. »Echten »Junkler«, »Ford-Auspawner«, »n paar »Flügel«, »Soast«. Wie baut man den »Scraper«? Hä, »Scraper«? »Scaper«? »Scaper«. »Es wird mehr gern so scheiss »Angels« übrigens machen, aber ich wette ich spreng mich wieder in die Luft. Nein, kein Ding, diesmal bin ich darauf gefasst. All meine items zu verlieren, wenn ich explodiere. »D twее !« gute arbeit tschuldigung aber wir haben ja wir haben ja ja nachschauen digger ruf operator die spannendste arbeit von allen bürgen fein ich habe mich einfach den skype was ist denn noch mal in der nachja das kratz ding für dna wo bist du gerade was wollte ich machen ich habe schon das vergessen ich weiß nicht was ich machen will ich spiel gerade so übelst mit dem stabum ich vor allem finde ich es geil dass man den mit aufladen können zack voll ist er der verbringt der sterne ist irgendwo komplett nutzlos warum gibt das sicher irgendwas ins taum klopft verstehst du was für netter sterne brauchen jetzt weiß ich es wieder ich habe rezepte stehen kann aber ich ja da brauchen wir auch noch ender schatz und netter schaust ja ja in noch schaust kriegt man wenn man immer mehr ausgespielt ja aber nur im end was heißt wir müssen sind ja sie ist da und Prozent mehr so schaust bekommen wo pigmentzombies schlägt meistens haben wir schon einen teil von mich und dann können wir zum ultimativen power wizard werden kala 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 asam was das ist an aller kassern aller kassern nicht nicht karlasser abend ist da das wollte man einmal cool sind aber bis da lassen ja also ich muss kann man damit machen da würde ich auch mal sagen wir beenden mal die folge oder machst du jetzt gerade noch irgendwas ich will gerade noch aufs haus hoch springen ich muss noch ein bisschen auf dem haus hin und her springen ich bin gerade auf dem augen haus also mario und evas haus hochgesprungen mit dem starb mit dem teleporter mann also er verwendet überall unisolierte zinnkabeln ist ein bisschen rustikaler aber ich weiß funktioniert das war nicht gern drauf stehen wenn der strom durch fließt aber warum kriegt man dann schaden ja dachschaden wo es jetzt jetzt habe ich schon wurde mein buch verlegt ich glaube maori hat hier ne 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 holzpipe gesprengt auch nur so viele so wo ich mal buchen gepackt habe ich weiß nicht wo du deine scheiß buchen gepackt hast okay geronimo gibt nichts cooles ich freue mich wie man die empowered weibrand circle oder wird zu den europäischen notblock plus zehn level neidwischen portion oder lehren das baum ist ja wirklich holt dann war nachtsbaum ja ich will es habe ich doch gesagt ja aber jetzt bin ich drin ach die rüste kann man auch sofort stärken ja du kannst ja kannst sie mit einem mit einer brille infusieren und dann kriegst du eine brille kombiniert mit der rüste ja ist mir ja klar ich meine jetzt mit der dark iron das kann ich auch glaube ich alles hier mitmachen mit dem mit dem soulbinder nehmen wir den soulbinder nicht mit irgendwas anderes mit was kann ich in die kombinieren weil das wird ja nicht angezeigt ne wird nämlich bloß angezeigt wie man so welche sachen macht und nicht wie man die bieten wie brandkristall plus zehn level kann man die zusammen machen gut tschüss was tschüss 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 bis zum nächsten mal es geht aber schnell na 22 minuten junge ich will nicht immer 27 minuten machen macht's gut tschüss tschüss